Man kann auch energetische Massnahmen ergreifen, ohne das ganze Gebäude dämmen zu müssen. Sei dies das Dämmen des Estrichbodens oder der Kellerdecke. Mit etwas handwerklichem Geschick kann man da sehr viel auch selber machen. Wenn die Gebäudehülle einmal gedämmt ist und die Fenster ersetzt sind, gilt es mit der Haustechnik die restlich benötigte Energie abzudecken. Hier möglichst viel erneuerbare Energie hineinsetzen. Minergie bedeutet besseres Bauen. Was ist besseres Bauen? Das sind Gebäude mit einer sehr guten Gebäudehülle, mit guten Fenstern und zunehmend wichtig bei diesen grossen Fensterflächen ist die gute Beschattung. Und natürlich ein Gebäude mit einer hohen Energieeffizienz. Das sind also Gebäude, die fast keine Energie verbrauchen. Beim Einsatz erneuerbarer Energien spielt die Sonne eine wichtige Rolle. Sei dies bei thermischen Kollektoren zur Erzeugung von Brauchwarmwasser und zur Heizungsunterstützung oder aber bei der Photovoltaik bei der Erzeugung von Strom. Drei Ratschläge zum Schluss. Der Sonnenschutz wird neu gebaut. Unbedingt besser bauen, als der Gesetzgeber es vorschreibt. Beim Neubau und beim Umbau ist unbedingt eine Komfortlüftung einzubauen, für die Optimierung des Wohnkomfortes. Und der Sonnenschutz ist sowohl im Neubau wie auch beim Umbau sehr wichtig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017